Willkommen zur nächsten Ausrüstungsruhe und immer noch im Stadtgebiet Al-Bazir. Wir sehen jetzt beim Haus der Weisheit, ihr könnt euch bis zu dem Punkt, wo ich jetzt stehe, frei bewegen. Die Truhe befindet sich auf dem Sperrgebiet. Wie gesagt, wir sind hier an dem Turm, wenn er hochklettert, seht ihr, das Sperrgebiet beginnt. Wir müssen jetzt schauen, dass wir nach und noch die Freunde hier ausschalten. Und wir werden wahrscheinlich einen Schlüssel brauchen. Er hat uns hier angezeigt. Und jetzt werden wir das alles noch freischalten, Stück für Stück. So, er läuft hier hinter. Wir haben unsere Bomben eingepackt. Wir müssen natürlich aufpassen, dass jetzt niemand dabei sieht, weil der Kollege hier kommt ja schon mal. Ich denke, er wird sich wundern, wie sowas hat er rum. Aber er hat sich zu früh. Ich werde auf jeden Fall mal kurz schauen, weil in dem Bild war ich jetzt noch nicht. So, jetzt soll er da drüber hochkommen. Tür verschlossen. Wir brauchen einen Schlüssel. Der nächste Kollege ist hier hinten. Ich werde da drüber hochkommen. Ich mach kurz einen Unserzer Vogel, der nicht verhandelt war. Ich muss hier noch ein Dach sitzen lassen. Das ist viel anstrengend, ja. Ich bedarf deinen Augen, Siddiqui. Wirklich? was ist das hier? es gibt noch einen hier ist noch einer gut hier sind die da müssen wir kurz schauen wo die jetzt ausschalten ja, kommt nur laufen ich muss erst mal kurz schauen Ich bin mir hochklaut, das wäre schon eine gute Idee. Ich weiß ja nicht, was Tag die Lärme davon hält. Also, wenn das jetzt der Schlüssel war, dann wäre es einfach. Oh Mensch, wirklich. Das Runterspringen ist schon veradelt. Sehr schön! Nehmen wir uns die Leitung weg? Na ja. Das Hofmesser. Jetzt kommen wir aber jetzt hier in die Doge oder was? Das wird ja noch jetzt spannend. Was ist das denn hier unten, okay? So, da haben wir uns echt zu früh gefreut. Was ist das denn hier unten, okay? Was ist das denn hier unten? Was ist das denn hier unten? Hm. Hier unten? Wow, das ist doch da. Wir müssen fahren, äh. Hier unten? Das war das, was wir brauchen? Aber es ist – Ja, das ist vielleicht. Von hier geht's, meine Freunde. Hat sie ja mitbekommen? Nö, gut. Aber seht auf jeden Fall, so müsste es jetzt gehen. Ja. Klettert jetzt bitte die Leiter hoch, wirklich. So, dann haben wir ja die gute Due. Und dann haben wir es geschafft, meine Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat und euch weitergeholfen hat, könnt ihr uns gerne abonnieren, liken, kommentieren, alles was ihr wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.